Sternberg Es war einmal ein Fischer. Der hatte viele Kinder und war gar arm. Eines Morgens ging er fischen. Lange saß er mit der Angel in der Hand, ohne auch nur ein einziges Fischlein zu fangen. Da sieht er plötzlich aus dem nahen Röhricht einen gar großen Vogel auffliegen und in den Lüften schweben. Rasch dreht er seinen Kahn dem Röhricht zu und macht sich auf die Suche nach dem Nest des Vogels. Und wie er so sucht, hörte er aus der Höhe rufen, sollst finden, aber nicht zerstören. Verwundert wandte er sich nach der Stimme um und sah einen Vogel, der mit den Flügeln flatterte und weiterflog. So suchte er dann weiter, bis er ein Nest voll großer Eier fand. Es waren ihrer neun. Wohl hätte er auch noch ein paar Fische fangen wollen, doch die Eier nahmen fast den ganzen Kahn ein, dass er kaum darin stehen konnte. So wandte er sich dann heimwärts. Seine Kinder standen am Ufer. Als sie den Kahn erblickten, riefen sie der Mutter zu, der Vater bringe Abendbrot heim. Wie sehr staunten aber die Kinder und die Mutter, als der Vater mit dem Kahn anlegte und keine Fische, wohl aber Eier aus dem Kahn hervorholte. Lieber Gott, wo hast du denn die Eier her, Vater? Fragte die Fischerin ihren Mann. Da erzählte ihr der Fischer den Vorfall mit dem großmächtigen Vogel. Am anderen Tag erhob sich der Fischer noch früher vom Lager als sonst und fuhr fischen, um einzubringen, was er am Tag vorher verabsäumt hatte. Als er an die Stelle kam, sah er wieder den Vogel aus dem Röhricht auffliegen und hörte ihn rufen, sollst finden, aber nicht zerstören. Da fuhr er in das Schilf und fand in dem gleichen Nest wiederum neun Eier. Er lud sie auf den Kahn und fuhr heim. Aber die Fischerin verdross es schon, dass der Mann den Fisch fangen gelassen und sich auf das Ausnehmen von Vogelnöstern verlegt hatte. Im Zorn nahm sie die Eier und schmetterte sie Stück für Stück hinter den Ufen, obwohl ihr der Fischer aufgetragen hatte, behutsam mit ihnen umzugehen. Doch seltsam, die Eier nahmen nicht den geringsten Schaden. Am dritten Tag fuhr der Fischer wieder zum Fischfang aus und geriet mit dem Kahn unversehens wieder an das Röhricht. Da flog wieder der Vogel von gestern und vorgestern auf und rief, sollst finden, aber nicht zerstören, es wird ein Glück sein. So ging er denn an die bewusste Stelle und fand wiederum neun Eier. Er nahm sie mit und fuhr heim. Unterwegs sann er nach, was für Vögel wohl aus dem seltsamen Eier hervorschlüpfen würden. Seine Frau aber begrüßte ihn gar nicht freundlich. Hätte er die Eier nicht mit eigener Hand auf den Herd getragen, die Frau hätte sie vor Wut zertrampelt. Was sollte er tun, um sie wieder zu versöhnen? Er fuhr am anderen Tag wieder hinaus. Und als er nach ein paar Stunden wiederkam, war sein Kahn voll von Fischen. Da härtete sich der häusliche Himmel wieder auf, als wäre die Sonne aufgegangen. Die ersten Tage gingen sie alle Weile hin, die Eier zu begucken. Dann aber vergaßen sie ihrer, als wären die Eier gar nicht da. Eines Tages saß der Fischer und flickte Netze. Die Fischerfrau ging der Hausarbeit nach und die Kinder spielten vor dem Haus. Da gab es hinter dem Ofen einen Knall, als wäre ein Schießgewehr losgegangen. Und ehe noch der Fischer aufsprang, um nachzusehen, was es da gäbe, schwang sich ein allerliebster Bub vom Herd. Ganz erblüfft guckte der Fischer den Gast an, der zusehends in die Höhe zu wachsen schien. Da knallte es zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal. Und so siebenundzwanzig Mal nacheinander. Und nach jedem Knall sprang ein mächtiger Bub vom Herd. Der Fischer schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er das Bubenvolk umherspringen und wie die Pilze im Wald empor schießen sah. Ist dies das Glück, das mir der Vogel verheißen? So nenne ich es ein ganz vertracktes Glück. Glück, jammerte er. Hätte ich doch gewusst, was in den Eiern steckt. Ich hätte sie alle ins Wasser geworfen. Das wär nicht klug getan, lieber Vater, ließ sich einer der muntersten vernehmen. Wir werden dir noch Glück bringen. Sollts sehen. Geh in die Stadt und lass dich beim König melden und sag ihm, dass wir zu ihm kommen wollen. Er soll uns Kleider und Essen schicken und für uns seine Arbeit bereithalten. Und wenn ich's ausrichte, der lässt mich wohl der König vor die Tür setzen. Das soll nicht deine Sorge sein. Geh nur und richte aus, was ich gesagt habe. Der Fischer tat sein gutes Kleid an und ging. Draußen stand die Fischersfrau in Ängsten mit den Kindern. Das gewaltige Geknalle in der Stube hatte sie von der Tür zurückgescheucht. Als ihr Mann ihr von der Bescherung in der Stube erzählte, schallt sie zwar, ging aber doch die ungebetenen Söhne zu besehen. Der Fischer begab sich in die Stadt. Als er ins Schloss kam, ließ er sich beim König melden und wurde gleich vorgelassen. Was ist dein Begehr? Fragte der König. Viel gnädiger König. Ich hab 27 Söhne, die schicken mich zu euch. Ihr sollt ihnen Kleider und Essen geben und Arbeit für sie bereithalten. Sie wollen kommen und sich bei euch verdingen. Warum sorgst du nicht selbst für sie? Ich hab schon fünf eigene Kinder und kann immer für sie aufkommen. Die 27 aber hab ich erst heute bekommen. Da erzählte er dem König, was sich zugetragen hatte. Und der König verwunderte sich über die Maßen und ordnete gleich an, 27 Kleider und eine Menge Essen auf einen Wagen zu laden und in die Fischerhütte zu schaffen. Den Fischer aber schärfte er ein, gleich die Söhne zu ihm zu schicken. Und der Fischer versprach mit Freuden, das wolle er richtig besorgen. Als die Knaben ihre Kleider angetan hatten und das Essen von der königlichen Tafel auf dem Tische sahen, riefen sie die Fischersleute herbei, mit ihnen zu essen. Bei Tische fragte der Fischer, welcher von euch ist der Jüngste? Ich, meldete sich der Hübscheste und Größte von allen. Du warst es also, der mich zum König geschickt hat? Jawohl, das hab ich getan. So sollt ihr dem Jüngsten gehorchen, sprach der Fischer, und euch stets nach seinen Worten richten, denn ich sehe, dass er der Verständigste ist von euch allen. Dieses Gebot wollte den Brüdern nicht recht gefallen. Doch versprachen sie gehorsam dem Vater, sie wollten stets dem Jüngsten folgen. Dann nahmen sie Abschied und zogen nach dem Königsschloss. Gleich am anderen Tag wies ihnen der König eine große Wiese an. Die sollten sie mähen, sollten auch das Heu trocknen und es zu Haufen schichten. Die Knaben nahmen Sensen und gingen. Wenn siebenundzwanzig Mäher von solcher Flinkheit mähen, geht es hurtig vonstatten. So war dann die Wiese bis zum Abend gemäht. Damit ihnen aber niemand über das Heu komme, blieben sie über Nacht auf der Wiese, und der Jüngste befahl, es sollte immer einer von ihnen wachen. Der schlief aber, statt zu wachen, und am Morgen war das Heu über die ganze Wiese verstreut und war ganz erstampft, sodass sie den ganzen Tag zu tun hatten, es zu Haufen zu schichten. Am Abend befall der Jüngste, vier von den Brüdern sollten Wache halten, aber sich nicht vom Schlummer übermannen lassen, sondern gut Acht haben, wer das Heu umherstreue. Doch gegen Mitternacht kam der Schlummer über sie, und im Nu schnarchten sie wie die anderen. Am Morgen war das Heu wieder über die ganze Wiese verstreut und zerstampft. Da zürnten alle dem Übeltäter, der ihn so sehr zu schaffen machte. Der Jüngste aber zürnte noch mehr den Wächtern. So schickte er sie denn, als der Abend kam, alle schlafen, sagte er, er wolle selbst wachen, und enthielt sich auch wirklich bis Mitternacht des Schlafes. Da kam ein ganzes Rudelrappen gerannt und begann das Heu zu zerstampfen und es an den Hufen über die Wiese zu streuen. Bevor er aber bei seinen Brüdern anlangte, um sie zu wecken, gesellte sich ein magerer, kleiner Schimmel zu ihm und sprach mit menschlicher Stimme, Willkommen, Sternberg, hab schon lange auf dich gewartet. Wie heißtest du mich denn? Wie kommt es, dass du mich kennst? Und wer bist du? Gewiss kenne ich deinen Namen, und wer ich bin, das darf ich dir nicht sagen. Willst du aber nach meinem Rat tun, so will ich dein Beschützer sein. So du mich gut berätst, will ich nach deinem Rat tun. Sieh, dort laufen 26 feurige Rappen umher. Ich, 27. bin ein Schimmel, klein und mager. Wecke deine Brüder auf und sage ihnen, jeder soll ein Pferd nehmen. Du aber sollst mich behalten. Mach dir keine Sorgen, dass ich nur klein bin, es wird dein Schade nicht sein. So sprach der Schimmel und gesellte sich dem Rodel bei. Sternberg, so wollen wir ihn fortan nennen, ging zu seinen Brüdern, weckte sie und befahl, jeder solle eins von den Pferden nehmen. Den magern Schimmel mochte keiner haben, so blieb er dem Sternberg. Am Morgen brachten sie das Heu in Ordnung, und da es schon trocken war, begaben sie sich zum König. Die Pferde aber brachten sie vor die Stadt in Gewahrsam. Der König gab ihnen eine Menge Geld und schickte sie einstweilen heim, was den Brüdern nicht sonderlich behagte. Vor der Stadt bestiegen sie wieder ihre Pferde und ritten zum Fischer. Der erschrak zuerst. Als ihm aber jeder von ihnen eine Handvoll Goldstücke in den Schoß fallen ließ, war er es zufrieden. In der Nacht, als die Brüder sahen, dass Sternberg in tiefen Schlafe lag, stahlen sie sich hinaus und verabredeten sich, sie wollten ihm davonreiten, denn sie mochten nicht länger dem jüngsten Bruder untertan sein. Gesagt, getan. Sie schwangen sich in den Sattel, und ehe die Sonne aufgegangen war, befanden sie sich weit von der Hütte. Als Sternberg erwachte und seine Brüder nicht sah, vermeinte er, sie wären schon aufgestanden und rüsteten ihre Pferde. So lief er dann vors Haus. Doch der Stimmel stand dort ganz allein und die Brüder waren nicht da. Wo sind meine Brüder hin? Fragte er den Schimmel. Die sind dir davon geritten, mein Herr, und werden wohl schon weit sein. Ach, die Falschen! Sprach Sternberg voll Unmut. Nimm es dir nicht zu Herzen. Stärke dich mit Speise und Trank und dann sitz auf. Wir wollen sie schon einholen. Nach dem Frühstück verabschiedete sich Sternberg für immer von dem guten Fischer, bestieg den Schimmel und ritt mit ihm in die weite Welt. In einem großen Wald saßen die Brüder im Gras und speisten ihr Mittagsbrot. Lachend sprachen sie von ihrem Bruder, was für Augen er wohl gemacht habe, als er aufgestanden sei und nur die Schindmähre erblickt habe. Auf einmal wehrten die weidenden Pferde und liefen alle in einer Richtung hin. Und wen sahen die Brüder von dort herankommen? Den mageren Schimmel und auf seinem Rücken ihren Bruder Sternberg. Voll Angst gingen sie ihm entgegen und baten um Verzeihung. Er verzieh ihn und nun ritten sie einträchtig weiter. Schon hatten sie ein tüchtiges Stück Weg zurückgelegt. Der blickten sie einen an einen Baum gebundenen und vom Hunger abgematterten Windhund. Geh einer von euch hin und binde den Hund los, sagte Sternberg zu den Brüdern. Wer wird einen schlechten Hund losbinden? Lass ihn sein, wer weiß, warum er angebunden ist. So sprang den Sternberg selbst vom Pferd und befreite den Windhund aus seiner Haft. Wenn du in höchster Not bist, gedenke mein, sagte der Windhund und verschwand im Dickicht. Sternberg verwunderte sich über das seltsame Tier, sagte aber seinen Brüdern kein Wort. Wieder legten sie ein tüchtiges Stück Weg zurück. Da erblickten sie einen Adler, der war mit dem Kopf nach unten angebunden und die Flügel hingen ihm herab. Gerner von euch und binde den Adler los, damit er nicht hungerssterbe. Was kümmert uns der gefiederte Räuber? Bist du ein so gutmütiger Narr, so bind ihn selber los, antworteten die Brüder. Sternberg sprang vom Pferd und band den Adler los. Wenn du in höchster Not bist, gedenke mein, sagte der Adler und verschwand im Dickicht. Sternberg verwunderte sich über den seltsamen Vogel, sagte aber den Brüdern kein Sterbenswort. Als sie den Wald hinter sich hatten, kamen sie an einen Teich. Dort sahen sie einen großmächtigen Karpfen, der zappelte im Schlamm und schlug mit den Flossen um sich. Da sprang Sternberg vom Pferd und nahm den Karpfen und ließ ihn ins tiefe Wasser gleiten. Wenn du in höchster Not bist, gedenke mein, flüsterte der Karpfen und schwamm davon. Das sind gar seltsam mit Tierlein, dachte Sternberg bei sich. Wieder ritten sie weiter, bis sie zu einer großen Stadt kamen. Dort hörten sie, der König ziehe gegen den Feind ins Feld. Dem werden 27 so stattliche Soldaten willkommen sein, sprach Sternberg zu seinen Brüdern. So meine ich, denn wir sollten uns bei ihm melden. Den Brüdern gefiel der Rat. Sie folgten dem Bruder ins Schloss und ließen sich beim König melden. Wie der König die Schar der jungen, ruhig wachsenden Burschen sah, nahm er sie mit Freuden in seinen Dienst. Sternberg aber gefiel ihm am meisten von allen. Darum machte er ihn gleich zum Offizier. Das verdross die Brüder nicht wenig, doch sie konnten wenig da wieder tun. Sahen sie doch, dass Sternberg sich um die Würde nicht beworben hatte. So vereinbarten sie dann, sie wollten sich an dem König rächen. Am anderen Tag zogen sie ins Feld. Als die Schlacht anging, rückte das Treffen, darin Sternberg auf seinem Schimmel stritt siegreich vor. Die Schlachtreihen aber, in denen die Brüder standen, waren im Wanken. Der König merkte die Nachlässigkeit, springte zu Sternberg heran und beschwerte sich. Sternberg kannte seine Brüder gut. So wusste er auch, was die Ursache war. Und er antwortete darum dem König, Gnädiger Herr, wären sie Offiziere gleich mir, gewiss stritten sie mit mehr Lust und Eifer. Ist es dir ernst damit? Tut nur nach meinen Worten und ihr sollt sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Der König ritt zu Sternbergs Brüdern und sagte ihnen, er wolle sie alle zu Offizieren machen, wenn sie sich tapfer schlagen wollten. Diese Worte gaben ihnen einen feurigen Mut und sie hielten sich so brav vor dem Feind, dass durch ihr Zutun der Krieg ein glückliches Ende nahm. Da dankte der König dem Sternberger sehr. Und da er ihn an seinem Hofe halten wollte, machte er ihn zum obersten seiner Höflinge und erhob auf Sternbergs Bitten, auch dessen Brüder zu hohen würden. Doch auch dies wollte nicht fehlfruchten. Sie naderten ihm sein Glück und warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, um ihn loszuwerden. Die Gelegenheit bot sich bald. Der König hatte eine herrliche Gemäldesammlung. Die Brüder hatten sie noch nicht gesehen und so bat, dann Sternberg dem König sie ihn zu zeigen. Der König will Varte gern seiner Bitte. Unter den Bildern war auch eines, das stellte eine wunderholde Jungfrau dar. Da fragte Sternberg den König, wen das Bild darstelle. Das ist die Tochter eines mächtigen Königs. Ich wollte sie freien, doch vor der Hochzeit verschwand sie und niemand weiß, wohin sie geraten ist. Ich habe wohl Schätze über Schätze dem Mann versprochen, der sie findet. Doch nach jeder kam unverrichteter Dinge zurück. Wenn unser Sternberg sich dran machen wollte, der fände sie gewiss. Sagte einer von den Brüdern und die anderen stürmten eifrig bei. Mein halbes Leben wollte ich ihm geben, wenn er sie fände, aber mein Sternberg will ich darum nicht verlieren. Gnädiger König, und sollte auch deine Braut am äußersten Ende der Welt sein, mit meinem Handschlag gelob ich dir. Ich will sie dir zurückbringen, sollte es auch mein Leben kosten. So sprach Sternberg zum König, denn er wollte vor den Brüdern nicht beschämter stehen, mochte er auch recht gut wissen, wie freudig ihre Herzen bei seinen Worten hochhüpften. Der König wollte darauf nicht eingehen. Dann aber siegte doch die Sehnsucht nach der schönen Jungfrau über alle Freundschaft, und er bewilligte seinem Sternberg die Kundschaftsfahrt. Ehe sich aber Sternberg auf die Fahrt machte, suchte er seinen besten Freund und Berater, den mageren Schimmel, auf. Der hatte nun einen schönen Stall und bekam Essen vom Tische seines Herrn, war aber genauso mager wie vor dem. Lieber Herr, sagte der Schimmel, als Sternberg ihm das Geheimnis anvertraut hatte, da hast du viel auf dich genommen. Sei aber unbesorgt, mit meiner Hilfe wirst du es vollbringen, und deine gottlosen Brüder werden ihre Strafe empfangen. Als erstes aber lass ein goldenes Pantöffelchen anfertigen, das sollst du mitnehmen. Unterwegs will ich dir sagen, wo die Prinzessin wohnt. Als Sternberg das goldene Pantöffelchen besorgt hatte, bekam er vom König Geld und machte sich mit dem Schimmel auf die Fahrt. Er vertraute ihm, dass er am besten wissen werde, wohin er sich wenden sollte, und so ließ er ihm seinen Willen. Sie zogen viele Tage kreuz und quer über Berg und Tal, bis sie an einen großen See mit undurchsichtigem Wasser kamen. Dort hielt der Schimmel. Nun steigen wir ab, sagte er zu Sternberg, und warte, die Prinzessin wird in einem Kahn auf dem See gefahren kommen, und wenn sie einen Menschen gewahrt, so kommt sie bis hierher. Fragt sie dich, was du hier begehrst, so sag, du seist ein Kaufmann aus fremden Landen und habest köstliches Geschmeide bei dir, darunter auch ein goldenes Pantöffelchen. Sie wird es zu Seen begehren. Zeig es ihr vor, und während sie es mit Wohlgefallen betrachtet, nimm sie in die Arme, schwing dich auf mich, und ich entführe euch beide. Sternberg setzte sich ans Ufer, und der Schimmel weidete nebenbei. Nach einer Weile sah Sternberg einen Kahn über den See gleiten. Es währte gar nicht lange, und der Kahn stieß ans Ufer, und eine schöne Jungfrau sprang auf den Strand. Auf den ersten Blick erkannte Sternberg das Wunderholde Antlitz, das er in den Gemäldesammlungen des Königs gesehen hatte. Er erhob sich und trat zu ihr. Was suchst du in dieser eine Höhle, Fremder? Fragte sie mit lieblicher Stimme. Ich bin ein Kaufmann aus fremden Landen und ziehe schon lange durch die Welt. Heute bin ich mit meinem Schimmelpferdchen vom Weg abgeirrt und wollte hier nur ein wenig rasten. Und was hast du in dem Bündel da? Köstliches Geschmeide, schöne Jungfrau, darunter auch ein überaus künstlich gearbeitetes goldenes Pantöffelchen. Kannst du es mir zeigen? Von Herzen gern, aber nur das eine. Ich brauch nicht mehr als eines, denn eben eines hab ich verloren. Fragt sich nur, ob es das richtige Maß hat. Ihr könnt es probieren, schöne Frau, sagte Sternberg, holte das Kästchen mit dem Schühlein hervor. Und reichte es der Prinzessin. Während sie das Pantöffelchen probierte, machte sich der Schimmel heran, Sternberg umfasste die Prinzessin und setzte sie in den Sattel. Schwang sich zu ihr hinauf und ganz von selbst setzte sich der Schimmel in Galopp und eilte wie der Wind hin. Die Prinzessin litt es gern, dass der hübsche Kaufmann sie davontrug. Doch die Hexe in deren Haft sie war und ihr sah, tobte und raste und schickte ihnen alle erdenklichen Schrecknisse nach. Die verängstigte Prinzessin umfing Sternberg und barg das Antlitz an seiner Brust, als nun blaue Blitze um die beiden herum zu zucken begann. Vom Blitz gespaltene Bäume donnert niederkrachten und entsetzliche Ungeheuer von allen Seiten die ungetümen Köpfe nach ihnen streckten und ihnen auf den Fersen waren. Sternberg aber fürchtete sich nicht. Er drückte seine köstliche Beute ans Herz und vertraute auf seinen Freund. Und der Schimmel hielt, was er versprochen hatte. Mitten durch all die Schrecken trug er sie wohlbehalten und hielt erst weit vor dem Zauberwald inna. Auf der Heimfahrt erzählte Sternberg der Prinzessin, wer ihn ausgeschickt habe und wohin er sie nun bringe. Die Prinzessin sagte kein Wort. Im Grunde ihres Herzens war sie betrübt, denn sie hatte den ehemaligen Bräutigam nicht sonderlich ins Herz geschlossen. Dafür aber hatte es ihr nun Sternberg angetan. Als sie in die Königsstadt kam, wurde sie vom König mit großem Gepränge und viel Freude begrüßt. Von Stund an war Sternberg sein bester Freund und Mitregent. Das wollte den Brüdern nicht im Mindesten gefallen. Bei Tag und Nacht sannen sie, wie es ihn vergellen könnten. Aber es ging nun einmal nicht. Einmal kam der König mit Sternberg in die Zimmer der Prinzessin, in denen sie als zukünftige Königin wohnte. Sie saß traurig am Fenster und sang. Der König setzte sich zu ihr und fragte nach einer Weile, wann die Hochzeit gefeiert werden sollte. Sternberg verspürte einen Stich in der linken Seite, dort, wo das Herz sitzt. Und voll Angst wartete er auf die Antwort. Ich kann nicht Hochzeit feiern, ehe dass ich meine Truhe mit dem Hochzeitskleid hier habe und die ist 300 Meilen weiter, als ich war, bei einer Hexe verborgen. Schmerzvoll sah der König Sternberg an, als bellte er ihn um Hilfe und er verstand den Blick. Ich will die Truhe holen, hohe Frau, sagte er und trat vor die Prinzessin. Nicht doch, Herr König, lasst Sternberg nicht ziehen, er kommt ums Leben, war die Prinzessin. Doch was machte es dem König aus, dass seinem Freund arge Gefahr drohte, wollte er ihm doch alles mit Gold und Ruhm lohnen. Froh darüber, dass er der Prinzessin einen Dienst erweisen konnte, lief Sternberg zu seinem Schimmel und bat ihn um Rat. Wenn du klug und vorsichtig bist, sagte der Schimmel, kannst du es vollbringen. Dann rüste dich zur Fahrt und wir brechen auf. Sternberg versah sich mit Geld, verabschiedete sich vom König und der schönen Prinzessin und verließ noch am selben Tag die Stadt. Sie zogen lange hin, ehe sie die 300 Meilen zurückgelegt hatten. Endlich blieb der Schimmel unweit eines schwarzen Schlosses stehen und sprach zu Sternberg, Hier, in dem Schloss wohnt die Hexe, in deren Hut die Truhe der Prinzessin ist. Geh hinein und fordere die Truhe. Sie wird sie nicht herausgeben wollen, bevor du drei Pferde geritten hast. Die drei Pferde werden ihre Töchter sein. Fürchte dich nimmer und sei auf deiner Hut. Wenn du mit dem dritten Pferd wiederkommst, wirst du merken, dass sie eine Gerte in der Hand hat. Mit der wird sie dir einen Streich versetzen wollen. Aber das darfst du nicht leiden. Weiche flink aus, nimm mir die Gerte aus der Hand und gib ihr schnell einen roten Streich. Dann nimm die Truhe und eile zu mir. Erfreut von den Worten des treuen Beraters, ging Sternberg in das Schloss hinein. Als er ans Tor pochte, tat eine alte Vettel auf und fragte, was sein Begehr sei. Die Prinzessin, die Braut meines Königs, hat hier ihre Truhe mit dem Hochzeitsgewand in Verwahrung. Die soll ich holen, antwortete Sternberg. Das ist schon richtig, dass sie ihre Truhe bei mir hat. Ich gebe sie aber nicht her, ehe du drei Pferde geritten hast. Hole du nur zuerst die Truhe und dann bring die Pferde her. Nach einer kleinen Weile brachte die Alte eine zierliche Truhe in den Schlosshof und schlurfte dann in den Stall. Das erste Pferd war ein Rotfuchs. Als Sternberg sich auf seinen Rücken schwang, begann das Pferd wild auszuschlagen. Sternberg zügelte es aber mit fester Hand und ließ sich nicht abwerfen. Auch da nicht, als das Pferd mit ihm zum Tor hinaus raste und auf dem Feld tolle Kapriolen schlug. Auf einmal war der Rotfuchs unter dem Reiter verschwunden und setzte in Gestalt eines Hasen über die Feldbreiten. Hätte ich doch meinen Windhund da, seufzte der erschrockene Reiter und kaum hatte er das Wort gesagt, da jagte schon ein Windhund blitzschnell hinter dem Hasen einher, packte ihn am Rücken, rannte mit ihm zurück, legte ihn Sternberg zu Füßen und sagte, das ist der Lohn dafür, dass du mich im Wald losgebunden hast. Dann verschwand er. Sternberg nahm den tückischen Rotfuchs bei den Ohren und führte ihn zu der garstigen Vettel. Voll Wut ging sie in den Stall hinein und brachte ein braun-schäckiges Pferd. Das spielte ihm noch toller mit als vorher der Rotfuchs. Doch Sternberg war nun klüger. Als das Pferd im freien Felde sein Unwesen getrieben hatte und auf einmal unter ihm verschwand und sich in Gestalt eines Raben in die Lüft erhob, dachte Sternberg schnell an seinen Adler. Im Nu jagte ein Adlerschwarm gleich einer Wolke hinter dem Raben einher. Der größte Adler griff ihn mit seinen Fängen, trug ihn zu Sternberg und sagte, das ist der Lohn dafür, dass du mich im Wald losgebunden hast. Dann verschwand er. Die alte Barst stier vor Wut, als ihr Sternberg den Raben vor die Füße warf. Sie lief in den Stall und brachte einen Rappen. Der war das ärgste Pferd von allen. Wie ein Drache flog er mit Sternberg aus dem Schloss, tobte und raste, scharte und schlug aus, dass die Erdscheuen drei Klöfter weit flogen. Und endlich sprang er an dem nahen Teich ins Wasser. Sternberg entsann sie seines Fisches. Gleich tauchte der Karpfen aus der Tiefe empor und warf den in einen Fisch verwandelten Rappen ans Ufer und sagte, das ist der Lohn dafür, dass du mich nicht hast verschmachten lassen. Sternberg nahm den Fisch und kehrte zu der Alten zurück. Mit funkelnden Augen kam sie ihm entgegen und rief, lass den Fisch los und nimm die Truhe hin. Sternberg hatte aber auch schon die Gerte erblickt, die das gräuliche Weib hinter dem Rücken versteckt hielt. Als er sich bückte, um die Truhe aufzuheben, wollte die Alte herbeispringen und ihm einen Streich versetzen. Er wich schnell zur Seite, entriss ihr die Rute und versetzte der Alten einen tüchtigen Streich. Gleich wurde die Vettel zu Stein. Sternberg aber steckte die Gerte zu sich, packte die Truhe und lief zu seinem Schimmel, der schon am Tor wartete und freudig seinen Herrn begrüßte. Wohlbehalten langten sie dann zu Hause an. Lieber Sternberg, sagte die Prinzessin, als er ihr die Truhe überreichte. Was nützt mir die Truhe, wenn ich den Schlüssel nicht habe? Und wo ist der Schlüssel? fragte der König, den das neue Hindernis wurmte. Der Schlüssel ist noch 300 Meilen weiter in einem Schloss. Der König fürchtete sich, Sternberg um einen weiteren Dienst anzugehen. Aber er bot sich von selbst an, er wolle den Schlüssel holen. Darüber war der König sehr erfreut und die Brüder noch mehr. Wieder ging Sternberg zu seinem Schimmel und bat um Rat. Lieber Herr, mache dich bereit, ich will dich hintragen. Vergiss aber nicht, die Gerte mitzunehmen. Am anderen Tag, nachdem Sternberg ein wenig der Ruhe gepflogen hatte, setzte er sich auf seinen lieben Schimmel und ritt hin, den Schlüssel zu holen. Wieder kamen sie nach 300 Meilen zu einem Schloss. Am Tor, sagte der Schimmel, wirst du vier schlafende Löwen erblicken. Stelle dich recht geschickt an und fahre ihnen ein mit einem einzigen roten Streich über die Augen. Sie werden dann gleich zu Stein und du kannst getrost eintreten. Inmitten des Hofes wirst du auf einen einzigen Löwen stoßen, der aber ist stärker als die ersten vier zusammen und hat den Schlüssel zur Truhe im Maul. Auch er wird schlafen. Mach dich leise an ihn heran und gib ihm einen roten Streich über die Augen und sobald er zu Stein geworden ist, nimm den Schlüssel aus seinem Maul und komm zu mir. Gib aber acht, dass keiner von den Löwen erwacht, sonst ist es um dich geschehen. Sternberg nahm die Gärte und ging. Als er ans Tor kam, sah er dort vier furchtbare, schlafende Löwen. Er strich ihn mit der Gärte über die Augen und sie wurden mit einem Schlag zu Stein. Dann ging Sternberg in den Hof. Inmitten des Hofes lag ein gewaltiger Löwe, das goldene Schlüsselchen ragt ihm aus dem Maul. Sternberg machte sich leise heran und versetzt ihm einen Streich über die Augen. Der Löwe wurde zu Stein und der Schlüssel entfiel seinem Maul. Sternberg hob den Schlüssel auf und eilte zu seinem Schimmel. Es war aber auch an der Zeit, denn ein entsetzliches Ungewitter brach nun los und die Blitze zuckten ihm wie feurige Pfeile vor den Augen. Der Schimmel jagte hin und bald hatten sie den Bezirk der bösen Zauber hinter sich und brauchten nichts mehr zu befürchten. Nach wenigen Tagen langten sie zu Hause an. Sternberg überreichte der Prinzessin den Schlüssel. Sie nahm ihn und ließ Sternberg und den König in ihr Zimmer kommen. Als sie dort waren, sperrte sie mit dem goldenen Schlüssel die Truhe auf. Statt des Kleides aber zog sie ein breites Schwert hervor. Nun kniet nieder, sprach sie zu den verwunderten Männern. Ich will euch beiden den Kopf abhauen. Wer von Edlem geblüht ist, wird wieder aufleben und den nehme ich zum Mann. Sternberg hatte nichts zu verlieren, so kniete er denn ohne sich zu bedenken vor der Prinzessin nieder. Der König aber ließ sich mit großer Unlust ganz langsam auf die Knie herab und nur das starke Vertrauen in sein edles Geblüt konnte ihn dazu bewegen. Hört aber, was nun geschah. Sternberg lebte wieder auf und der König blieb tot. Nach einer Weile führte die Prinzessin den Recken Sternberg aus dem Zimmer hinaus und stellte ihn dem Volk als ihren Gemahl und als den künftigen König vor. Am ganzen Land gab es nur 26 Herzen, die sich nicht freuten und das waren Sternbergs Brüder. Ein grimmiger Hass gegen den glücklichen Bruder hatte sich in ihnen eingenöstet. So verschworen sie sich dann untereinander mit einem Eid, sie wollten nicht ruhen, bis sie den Bruder vernichtet hätten. Ihn zu töten, dazu gebrach es ihnen an Mut. Bald aber fand sich, was sie begehrten. Sie hörten nämlich, ein paar Wegstunden weit, wohne eine zauberkundige alte Vettel. Zu der gingen sie hin und versprachen ihr viel Geld, wenn sie ihnen helfen wollte. Die Alte ließ sich nicht lange bitten und versprach ihnen ihre Hilfe. Nicht lange darauf lockten die Brüder Sternberg auf die Jagd. Schade, dass er diesmal seinen Schimmel zu Hause ließ. Er bemühte ihn nicht gern, wenn es nicht gerade notwendig war. Auch hatte er es diesmal eilig und nahm von ihm nicht Abschied, wie er es sonst immer zu tun pflegte. Das war übel getan. Am Abend kam die Jäger ganz betrübt zurück. Sternberg war nicht unter ihnen. Er sei ihnen abhandengekommen, behaupteten die gottlosen Brüder vor der Königin. Sie hätten ihn fast den ganzen Tag gesucht und hätten doch keine Spur gefunden. Da klagten und jammerten alle bei Hofe. Den größten Kummer aber hatte die Prinzessin. Sie schickte nach allen Seiten Boten aus, die nach ihrem Herz allerliebsten Schatz fragen und ihn suchen sollten. Aber alle kehrten unverrichteter Dinge zurück. Die Brüder dachten, sie würden nun, da Sternberg beiseite geschafft war, im Königreich nach ihrem gut dünnten walten und schalten können. Doch da irrten sie sich. Die Prinzessin verabscheute sie und räumte ihnen keine Macht ein. Eines Tages stieg sie ganz bekümmert in den Hof hinab. Da sah sie den Schimmel und einen von den Brüdern. Eben befahl er, die Schindmähre aus dem Schloss zu treiben. Sie sei eine wahre Schande für den Stall. Wohl wusste die Prinzessin nicht, wie verdient sich der Schimmel um Sternberg gemacht hatte. Aber sie hatte das Tier schon darum lieb, weil es ihren Liebling aus so vielerlei Fernes wohlbehalten heimgebracht hatte. Edson tadelte sie Sternbergs Bruder wegen seiner unfreundlichen Anordnung und befahl dem Diener, den Schimmel wieder in den Stall zu führen. Als sie ins Schloss zurückkehrte, nahm sie süße Leckereien, ging in den Stall und legte sie dem Schimmel in seine reinliche Raufe. Das Pferdchen aber wollte nicht fressen. Traurig saß ich nach der Prinzessin um und sagte, Ich danke dir, meine Frau, dass du mich nicht hast aus dem Schloss treiben lassen. Lange habe ich auf dich gewartet, doch du hattest mich in deinem Leid vergessen. Ich habe dir viel zu sagen. Die Prinzessin verwunderte sich, als sie den Schimmel sprechen hörte. Gleich aber fasste sie sich und sprach, Freilich war schon lange nicht mehr bei dir, mein liebes Schimmelpferdchen, aber du weißt ja, seit der Stunde, da ich mein Sternberg verloren habe, weiß ich vor lauter Kummer nicht, ob ich schlafe oder wache. Willst glauben, liebe Frau, willst glauben, auch mir ist Bange nach ihm und darum habe ich mich nach dir gesehnt, dass wir ihn heimbringen. Was sagst du da? Ihn heimbringen? Du weißt, wo er ist? Oh, so komm doch schnell und trag mich zu ihm. Beruhige dich und warte bis zur Nacht. Bei Tage würden seine Brüder unserer ansichtig werden. Sie würden uns nachsetzen und könnten alles vereiteln. Sobald es dunkel wird, gebiete deinen Mägden, sie sollen niemand verraten, dass du nicht im Haus bist. Dann komm her und wir machen uns auf den Weg. Erfreut verließ die Prinzessin den Stall und traf Anstalten zu der geheimen Fahrt. Sobald die Nacht ihr schwarzes Gewand ausgebreitet hatte, befahl die Prinzessin ihren Dienerinnen, sie zu verleugnen, wer immer nach ihr fragen sollte und eilte zu dem Schimmel. Sie führte ihn leise aus dem Schloss, setzte sich auf und schon flogen sie durch die dunkle Nacht hin. Als der Morgen herandämmerte, waren sie eben vor einem Wald. Dort hielt der Schimmel und sagte, was dich im Wald am meisten ergötzen wird, das nimm an dich. Bis zum Einbruch der Nacht bringe ich dich zu einem Brünnlein. Dort steigst du vor meinem Rücken, gehst zu dem Brünnlein und wirst das aus dem Wald mitgenommene dreimal mit dem Wasser benetzen. Was immer du sehen magst, achte auf nichts und lass dir weder vorher noch nachher auch nur ein einziges Wirtlein entschlüpfen. Dann komm zu mir und wir eilen heim. Die Prinzessin ging in den Wald hinein und ruhte dort unter einem Baum. Da vernahm sie zu ihren Häupten einen traurigen, aber gar lieblichen Gesang. Tief ins Herz drang die sehnsuchtsvollen Laute und ihr war, als hörte sie Sternbergs heude Stimme. Erfreut sah sie sich nach dem Sänger um und erblickte zu ihren Häupten eine Nachtigall. Die war so zutraulich, dass sie sich leicht haschen ließ. Mit dem Schnäbchen pickte sie zärtlich in die haltende Hand und fast schien es, als wollte das Vöglein so seinen Dank sagen. Eingedenk der Worte, die der Schimmel gesagt hatte, nahm die Prinzessin das Vöglein mit. Sie zogen weiter bis in die späte Nacht hinein und kamen endlich zu dem Brünnlein. Auf einmal blieb der Schimmel stehen. Die Prinzessin stieg von seinem Rücken, ging ungefähr hundert Schritte weit und trat an das Brünnlein. Es war hell wie am Tag. Als sie aber ins Wasser griff und zum ersten Mal die Nachtigall benetzte, begann es zu blitzen und zu donnern und ein Sturmwind brauste und sauste heran. Sie achtete aber auf nichts und griff zum zweiten Mal ins Wasser hinein. Da grinste ihr aus dem Brünnlein ein fürchterliches Drachenmaul entgegen und spiel Feuer und Flammen. Furchtlos schöpfte die Prinzessin zum dritten Mal Wasser und besprengte die Nachtigall. Da ward alles Licht und hell. Die Nachtigall verschwand und Sternberg stand vor ihr. Beinahe hätte sie vor Freuden hell aufgeschrien, doch entsann sie sich beizeiten, legte den Finger an die Lippen, nahm Sternberg bei der Hand und eilte mit ihm, ohne den Kopf zu wenden, zu dem guten Schimmelpferdchen. Zur rechten und zur linken setzten ihn scheußliche Ungeheuer nach. Die seligen Ehegatten achteten aber nicht darauf, setzten sich auf den Schimmel und waren mit ihm am nächsten Tag wohlbehalten in ihrem Königreicher. Die gottlosen Brüder hatten inzwischen alles in Erfahrung gebracht. Da sie sich aber denken konnten, wie es ihnen ergehen würde, hielten sie es für das beste Reis auszunehmen. Ehe noch dem König Sternberg in sein Schloss zurückgekehrt war, waren die Brüder schon über alle Berge. Da fragte Sternberg den Schimmel, ob er sich getrauen wollte, sie einzuholen. Und als der Schimmel bejahre, nahm er seine Zaubergärte, stieg wieder zu Pferd und setzte den Flüchtigen nach. Er holte sie auf einer Wiese ein, wo sie wegmüde und ein großes Feuer saßen. Dreimal ritt er um sie herum, dann nahm er seine Gärte und gab jedem einen Rutenstreich. und im Nu saßen 26 Steinbilder da. Dann warf er die Zaubergärte in das knisterne Feuer. Im nächsten Augenblick wuchs daraus ein steinerner Fels in die Höhe und deckte die undankbaren Brüder zu. Als er auf dem Heimweg war und nicht mehr weit von seinem Schloss hielt, sprach der Schimmel zu ihm, Nun steig von meinem Rücken, lieber Sternberg, und tu nach meinem Begehr. Du bist mein Wohltäter, gern will ich alles tun, was du verlangst. Von nun an wirst du mich nicht mehr brauchen, so nimm dann dein Schwert, mit dem sollst du mir für alles, was ich dir erwiesen habe, den Kopf abhauen. Wie kannst du von mir eine so grausame Tat verlangen? Weigerst du mir den Dienst, so muss ich weitere hundert Jahre leiden, ehe ich wieder einen Retter finde. Dann nahm Sternberg sein Schwert und hieb weinend dem Schimmelpferdchen den Kopf ab. Aus dem toten Leib hob sich ein weißes Täubchen in die Lüfte, umflatterte dreimal Sternbergs Haupt und stieg dann zum blauen Firmament empor. Traurig schritt er heim, doch heiterte das frohe Jauchzen des Volkes und die Umarmung seiner vielgeliebten Frau bald sein bekümmertes Antlitz auf. Weise und gerecht herrschte er viele Jahre und jedermann liebte ihn. Und als er dann im schloh weißen Bart seine Enkel auf den Knie schaukelte erzählte er ihn am liebsten von dem guten Schimmelpferdchen. Schimmelpferdchen Schimmelpferdchen